Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Am Samstag ist endlich wieder unser nächstes Ligaspiel. Wir sind zu Gast bei Elske Bege Aue. Uns erwartet womöglich mal wieder ein sehr, sehr schwieriges, weil unangenehmes Duell. Trotzdem gehen wir sicherlich als Favorit in dieses Spiel rein. Und dahingehend muss natürlich auch die Aufschwung so ein bisschen erfolgen. Gramoz ist auch dort auf der Pressekonferenz schon so ein bisschen durchklingen lassen, wie die erste Elf vielleicht aussehen könnte. Und zumindest hat er angerissen, dass der Kader nahezu der gleiche ist. Einzig Marvin Pieringer ist nach Gelbsperren wieder mit dabei. Marcin Kaminski als Beispiel fehlt weiterhin. Und so wird natürlich die große Frage, wer spielt, wer spielt nicht? Wie entscheidet unser Coach? Und ich habe mir da mal wieder, wie vor jedem Spieltag, Gedanken zugemacht, wie unsere erste Elf ausschauen könnte. Und ich zeige euch mal meine. Die sieht nämlich folgendermaßen aus und glaube auch, dass das ungefähr die realistische ist. Im Tor müssen wir nicht viel diskutieren. Denn Martin Freisel ist und bleibt die Nummer 1. In der Dreierkette könnte es eine Änderung geben. Gramoz hat nämlich betont, dass Lode ebenso ein Steilauf-Kandidat ist wie Salif Sané. Ich sehe trotzdem keinen Grund, Sané rauszunehmen. Der Einzige wäre, wenn er wirklich selber sagt, er ist nicht fit. Ich fand ihn die ersten 60 Minuten oder eigentlich bis zu seiner Auswechslung wirklich gut, wirklich stark. Natürlich ist ein bisschen das Problem, dass er halt nicht durchspielen kann. Deswegen könnte man natürlich auch sagen, man bringt vielleicht lieber Lode rein, der durchspielt, um sich einen Wechsel zu sparen. Aber ich finde, Sané sollte hier nochmal die Chance bekommen. Deswegen rechts Schau und links Itakura. Viktor Palzon auf der 6. Gehe auf jeden Fall vollkommen mit. Hat mit Sets deutlich verbessert. Gefallen auch im Spiel mit dem Ball. Hat ja auch das Tor gegen Karlsruhe vorbereitet. Deswegen für mich eigentlich gerade unumstritten. Genauso wie natürlich links Thomas Uvian. Auf rechts könnte es die erste Änderung geben. Da hat Gramoz betont, dass Ramftel, aber eben auch Windheim die Kandidaten sind. Und ich glaube sogar, dass Andreas Windheim reingeschmissen werden könnte. Ich fand Ramftel mal wieder nicht gut. Fand es lag aber auch ein bisschen an der Taktik von Gramozis. Zweite Hälfte war es ja eher eine Viererkette. Weil Sané oder Itakura teilweise im Mittelfeld waren, wodurch Ramftel extrem tief stand. Das fand ich irgendwie ganz merkwürdig, die Taktik der Herangehensweise da. Aber trotzdem glaube ich, auch wenn natürlich Ramftel da nicht so viel Schuld vielleicht hat, dass es mal vernünftig wäre, Windheim einfach mal reinzuschmeißen, der jetzt auch schon gut anderthalb Wochen Schalker ist. Im zentralen Mittelfeld führt sicherlich kein Weg an Rodrigo Salazar vorbei. Ich weiß, viele von euch loben ihn ohne Ende. Ich finde, man darf trotzdem nicht vergessen, dass er halt auch gegen Kiel die letzte halbe Stunde oder besser gesagt bis zu seiner Auswechslung gar nicht mehr da war. Das muss er wirklich verbessern, auch wenn die erste Stunde top war. Aber natürlich sollte man auch da, auch wenn man ihn vielleicht am besten findet, nicht nur das Gute sehen. Trotzdem klar gesetzt. Daneben habe ich mich jetzt hier für Latza entschieden. Noch einmal ist natürlich so ein bisschen zwischen meinen Vorstellungen, aber ich hoffe mir auch natürlich, dass das hier eine realistische 1.11 für euch abbildet. Und ich glaube, Latza wäre für das Spiel echt gut. Natürlich ist die Frage, wie fit ist er wirklich? Ich habe auch immer wieder betont, natürlich war er auch im Herbst nach seiner Verletzung schon nicht gut. Da hat man ihn vielleicht wieder zu früh reingeschmissen. Das sollte und darf jetzt nicht passieren. Deswegen, wenn er noch nicht topfit ist, dann lieber auf der Bank lassen. Dann vielleicht Drechsler oder halt wieder Idrissi. Ist halt die Frage, wie du herangehen willst. Aber ich glaube, gegen Aue wird uns ein Spielertyp wie Daniel Latza schon extrem gut tun. Und in der Offensive führt für mich gar kein Weg an Marius Bülter und Simon Tirotte vorbei. Schulinov hat gegen Nürnberg ein Top-Spiel gemacht. Gegen Hamburg war es nicht so verkehrt. Aber gegen Kiel war es halt mal wieder gar nichts. Deswegen auch da finde ich teilweise viel zu hoch gelobt von einigen. Da würde ich extrem gerne Marius Bülter sehen für Schulinov. Ich glaube, das ist auch sehr realistisch. Simon Tirotte ist eh gesetzt. Da kann man sagen, was er wollte. Einige meinen ja, er müsste gefühlt auf die Bank, weil Schalke damit besser dran wäre wegen spielerischem und so blablabla. Also da wird Tirotte stehen. Auch wenn Gramozis in der PK schon sagte, Piringer ist auf jeden Fall auch eine Option für die erste Elf. Also, das meine, ich finde, realistische Aufstellung. Ich denke mal, an einigen Spielen führt kein Weg vorbei. Bei Sané, Windheim, Latza ist sicherlich Diskussionspotenzial da. Beim Rest sind wir uns aber, glaube ich, auch alle relativ einig. Eure Meinung zur Aufstellung gerne mal in die Kommentare. Gerne auch eure Änderungen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.